Das bin ich, Wolfgang Erich Maria Wagner. Ich bin am 26. Jänner 1994 in Wien geboren. Ich befinde mich momentan, kurz nach meinem Schulabschluss, in einer Phase der geistigen Höchstleistung. Das will ich nutzen, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Denn mir brennt da so einiges unter den Nägeln. Ich will die Welt bereichern. Ich will Kunst erschaffen. Und genau das werde ich tun. Mein Medium, YouTube. Mein Werkzeug, meine Kamera. Was ich vorhabe zu produzieren? So einiges. Mal Ernstes, mal Lustiges, mal Leichtes, mal Anspruchsvolles. Auf jeden Fall wird es sehenswert. Abonniert meinen Channel und erwartet ab jetzt, bis ich keinen Bock mehr habe, ein Video pro Woche. Jeden Montag. Sprecht mit euren Freunden darüber. Macht mich bekannt, damit auch ihr einen Teil zur Verbesserung der Welt beigetragen habt. Ich bin Mist. Ich bin Mist. Ich bin Mist. Ich bin Mist. Wir sehen uns heute über die Welt. Werbezügel. Untertitelung des ZDF, 2020